So, meine Lieblingssalutraketten aus der Schweiz. Horrorknall von Bugano. Ich meine, der, der es kennt, hergestellt werden sie eigentlich von Zink, waren die Zink 903 Salutraketen. Man sieht es eh sofort an einem Treiber eigentlich, Alutreiber mit der speziellen Zinschnurne, soweit wie man weiß, für Schweiz gefüllt mit 90 Gramm Lidsatz. Also, kann ich alle Spaß machen. Ich würde mal sagen, der ist gut. Der ist sehr gut, ja. Aber ich glaube, dinten kommt ein Auto. Nicht, dass wir ihn jetzt da gleich schocken. Ja. Ja, tut ja nichts. Los, laufen. Ja, uncut. Achso, vorhin unten rum. Perfekt. Ja, gut. Ja. Ja, gut. Und der Brems. Ja. Und der Brems. Sehr schön. So, wo geht er auf dein Auto? Der Treiber. So, und die letzte, Nummer drei. Aus meiner Karre hört er bei mir noch brutal. Ja, man sieht das Foto eh, glaube ich. Aber gehört dazu. Von letztem Jahr noch. Schauen wir, ob es heute wieder so dreckig wird. Ja, letztes Jahr war es brutal in der Zeit. Ja, ich bin vollends zufrieden. Seht ihr meine Grinser. Aber das war's gewesen. Also, bis zum nächsten Mal und Zaufuß.